Hallo liebe Kuno-Mailer und herzlich willkommen zu Kuno-Mail, deinem E-Mail-Client. In dem heutigen Video möchte ich euch gerne die Neuerung in der Version 1.4.3 vorstellen. Wir haben wirklich an der Performance von Kuno-Mail gearbeitet und in unserem Performance-Paket gibt es so einige Dinge, die wirklich verbessert worden sind. Dafür starten wir mal Kuno-Mail und das zeige ich euch gleich. Wenn ihr hier oben rechts jetzt mal auf den Mitteilungsbildschirm schaut, ihr seht, die Konten werden jetzt auch gleich aktualisiert beim Start. Das heißt, ich habe hier drei Konten eingebunden von Hotmail, GMX und von einem Testkonto von uns, von Kuno-Mail. Ihr seht, die Konten sind schon komplett synchronisiert worden. Das hat in der Vergangenheit, ich möchte meinen, sicher fünf bis zehnmal so lange gedauert, je nach Anzahl der E-Mails natürlich und Ordner. Aber das ist auf jeden Fall schon ein signifikanter Unterschied zu dem, wie es vorher war. Ihr müsst beachten bitte, bei der allerersten Installation erst einmal das Update durchlaufen lassen. Dann werden eure Konten sozusagen auch einmal neu synchronisiert. Das passt sich dann an und spätestens nach dem zweiten Start habt ihr dann auf jeden Fall diesen Effekt. Was ihr auch seht, was ihr auch gemacht habt, wenn ihr jetzt hier durch diese E-Mails klickt. Und die E-Mails sind halt auch sofort da. Es gibt ja auch keine Ladeverzögerung mehr. Ja, das wurde halt auch optimiert. Genauso wie das Löschen von E-Mails. Das zeige ich euch dann gleich nachher nochmal. Hier haben wir unten die E-Mail-Konten, neu jetzt den gesammelten Posteingang. Das heißt, hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, all eure Konten, ihr geht einmal auf den Posteingang rauf und könnt jetzt hier tatsächlich all eure E-Mails sehen, die ihr in euren Posteingängen eurer eingebundenen Konten habt. Gleiches gilt natürlich auch für Entwürfe, den Papierkorb, die Gesendeten und Spam. Wir kommen mal zum, also hier oben rechts habt ihr den Doppelfeil. Wenn ihr hier raufklickt, kommt ihr erst mal wieder zurück zur klassischen Ansicht. Es gibt ja einige, die möchten das gerne, möchten das nicht haben und sagen, mit dem gesammelten Posteingang kann ich nichts anfangen, ich hätte gerne meine Konten so. Dann schaltet ihr das einfach hier oben wieder um und seid sozusagen wieder in der normalen Standardansicht. Das könnt ihr auch im Übrigen in der Systemsteuerung festlegen und könnt dann sagen, wie euer Kuno-Mail starten soll. Wir haben ebenfalls an der gesamten Drag-and-Drop-Funktionalität gearbeitet. Das heißt, ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, mehrere E-Mails hier zu markieren. Ich mache das jetzt einfach mal, nehmt diese E-Mails und verschiebt die beispielsweise hier in die lokalen. Das heißt, es wird jetzt in die lokalen Elemente. Das heißt, es wird jetzt in dem Falle eine, könnt ihr auch mehrere Elemente auswählen, was vorher nicht möglich war. Klar, und könnt jetzt auch mehrere verschieben. Was ebenfalls funktioniert, wenn ihr Drag-and-Drop jetzt nicht nutzen wollt, ihr könnt auch auf den E-Mails direkt mit einem Rechtsklick arbeiten und könnt in das Kontextmenü reingehen. Im Kontextmenü haben wir jetzt auch alles eingebunden. Ich denke, das ist auch selbsterklärend. Aber wir haben jetzt hier beispielsweise auch E-Mails löschen, kopieren und ausschneiden halt mit drin. Das heißt, ihr könnt jetzt auch hier über kopieren oder ausschneiden gehen und könnt dann die E-Mail entsprechend einfügen. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt mal mein GMX-Konto. Hier habe ich schon was vorbereitet. Gehe mein GMX-Konto, mache einen Rechtsklick drauf. Sag, ich möchte diese E-Mail gerne kopieren und möchte die gerne bei Büro einfügen. Gehe auf Büro, klicke auf rechts, sag E-Mail einfügen und diese E-Mail ist jetzt hier drin. Das Kontextmenü ist jetzt nur für eure Konten hier unten verfügbar, die ihr eingebunden habt. Noch nicht hier oben für die lokalen Ordner. Das wird noch kommen. Das wird demnächst noch kommen. Dann könnt ihr auch hier oben mit dem Kontextmenü arbeiten. Was geblieben ist, nur noch mal für alle die, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Ihr könnt aus den lokalen Ordnern eure E-Mails auch wieder zurückschieben in die einzelnen E-Mail-Ordner. Ihr könnt jetzt hier runtergehen und könnt halt sagen, einmal wieder, ich hätte die E-Mail gerne wieder zurück. Ich drücke hier beispielsweise ein Gmx in die Inbox. Dann wird diese E-Mail wieder dorthin zurück verschoben und befindet sich jetzt auch hier im Posteingang. Was nicht funktioniert, ist, dass ihr das bei Pop3-Konten macht. Bei eingebundenen Pop3-Konten erscheint ein Kreis, ein durchgestrichener. Das könnt ihr von den lokalen nicht zurückziehen. Aktuell. Kommen wir mal zum Einstellungsmenü. Bevor wir zum Einstellungsmenü kommen, vielleicht noch mal, wenn wir schon bei Drag & Drop sind. Und ihr habt es sicherlich schon gesehen, auch hier haben wir daran gearbeitet und haben die Sichtbarkeit des Drag & Drops hier verbessert. Das heißt, ihr seht auch jetzt wirklich, wo ihr steht und könnt jetzt hier sozusagen dann loslassen und verschiebt eure E-Mails dann in das gewisse Postfach dann halt gleich wieder hinein. Kommen wir mal zu den Einstellungen. Was hat sich hier alles getan? Hier hat sich tatsächlich in den Grundeinstellungen nichts getan. Die Einstellungen sind gleich geblieben. Bei Starten und Beenden ist einiges hinzugekommen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Kunumail automatisch mit Windows zu starten. War auch ein großer Wunsch von vielen. Ihr könnt Kunumail im SysTray, also in der Taskleiste unten ablegen. Das kann ich gleich mal machen. Dann seht ihr das auch mal, wie das aussieht. Favoriten beim Start, Ein- und Ausklappen, das ist geblieben. Das kennt ihr schon von den vorherigen Versionen. Jetzt neu. Aktive Frage-Dialoge festlegen. Ihr könnt jetzt aktiv sagen, will ich denn beim Schließen von Kunumail gefragt werden, ja oder nein? Beim Löschen von E-Mails gefragt werden, ja oder nein? Will ich bei der Medienzentrale, wenn ich Dateien lösche, Vorlagen, Bilder, Videos etc. gefragt werden? Und auch beim Speichern von E-Mail-Entwürfen. Das kann ich hier alles festlegen. Ist ein Häkchen gesetzt, werdet ihr gefragt. Ist kein Häkchen gesetzt, werdet ihr nicht gefragt. Ebenfalls hinzugekommen, neu Kunumail als Standard-E-Mail-Programm. Ihr klickt hier einmal rauf. Dann startet sich ein Fenster. Dieses muss einmal tatsächlich als Administrator ausgeführt werden. Das geht nicht anders. Das geht in die Windows-Registrier jetzt rein. Dann kommt noch mal ein Hinweis, dass der Registrierungs-Editor ein paar Daten in die Registrierung schreiben möchte. Dieses müsst ihr einmal mit Ja bestätigen und diese Daten wurden jetzt übertragen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, Kunumail, ich habe das bei mir schon mal gemacht, ich möchte das euch einmal zeigen, hier unter Apps und Standard-Apps bei E-Mail als Standard-E-Mail-Client auszuwählen. Dann ist Kunumail mit allen Links, alles, was ihr anklickt, gleich euer Standard-E-Mail-Programm. Ansonsten hat sich hier auch nicht viel verändert. Gleiche Funktionalität, Besitzung speichern. Also die Ansicht, die ihr dann halt hier seht, wird dann halt gespeichert. Wir gehen mal zu E-Mail. Was hat sich hier noch getan? Bei E-Mail ist hinzugekommen. Auch ein Wunsch von vielen, automatische E-Mails empfangen. Kann jetzt deaktiviert werden. Achtung! Automatische E-Mails empfangen, nicht senden. Die Senden-Funktionalität haben wir nicht eingebaut. Das heißt, wer seine E-Mails nicht sofort senden möchte, der nimmt sich einfach seine vorgeschriebenen E-Mails, speichert die als Entwurf und versendet die dann, wenn er es gerne möchte. Das bezieht sich hier wirklich nur aufs Empfang und geht auch gleich beim Start. Ihr startet Kunumail. Keines eurer Konten wird synchronisiert. Da müsst ihr dann bitte aufpassen, wenn ihr eure Konten separat auf anderen Geräten eingebunden habt, beispielsweise im IMAP und die dort schon bearbeitet habt und euch dann wundert, ihr startet Kunumail. Na Mensch, was ist denn da los? Warum ist denn da so viel im Eingang oder warum sind die und die Ordner nicht da? Klar, erst einmal dann manuell auf E-Mails abrufen drücken und dann wird auch erst alles synchronisiert und abgeholt. Ansonsten hier unten neu, E-Mail-Konten-Startansicht. Das habt ihr auch mit drin. Jetzt könnt ihr sagen, möchte ich gerne in der klassischen Ansicht starten oder möchte ich gerne in dem gesammelten Posteingang starten, also die gruppierte Ansicht nach Ordnertyp. Ebenfalls neu hier unten ist die E-Mail-Zoom-Ansicht. Das heißt, ihr habt hier rechts, seht das ja schon so ein bisschen bei den E-Mails in der Vorschau, ihr habt hier einen Zoom und könnt ihr schon, wenn ihr die E-Mail geöffnet habt, halt näher ran oder halt weg zoomen. Das könnt ihr jetzt standardmäßig gleich hier unten einstellen. Ihr könnt halt sagen, ich möchte gerne, dass meine E-Mails nur in 60% Größe geöffnet werden oder halt in 120, 30, 40, wie auch immer. Das stellt ihr hier einmal ein, speichert das ab und all eure E-Mails werden euch dann schon so angezeigt. Hier hinten ist nicht viel passiert, auch nichts, Online-Konto, das ist alles geblieben. So, das Ganze, ich stelle das hier mal zurück. Ich möchte, dass mein E-Mail-Programm das abholt. Alle fünf beziehungsweise alle zehn Minuten reichen mir. In dem Sys-Trail, das will ich euch einmal zeigen, ich speichere das ab, schließe das Fenster und klicke jetzt hier, zack. Und Kunumail liegt hier unten jetzt in der Taskleiste. Ich kann jetzt hier raufgehen mit einem Rechtsklick und möchte Kunumail entweder hier beenden oder wieder einblenden. Ich kann Kunumail jetzt auch beenden, indem ich hier oben auf Start klicke und dann sage hier oben Kunumail beenden. Dann schließe ich Kunumail auch einmal komplett, auch ohne Nachfrage. Und auf Doppelklick ist dann alles wieder da, so wie ich es gerne hätte. Dann haben wir eingebaut für euch unter Neu-E-Mails, jetzt auch ein bisschen mit Animationen, kommen wir jetzt so langsam auch zu den Animationen, das BCC-Feld. Ja, ganz wichtig, haben auch ganz viele, wollten auch ganz viele, war ein großer Wunsch. Das haben wir jetzt hier mit eingebaut. Hier könnt ihr jetzt eure BCC-Empfänger halt eintragen und dann die E-Mail entsprechend versenden. Ich mache das wieder zu, schicke jetzt keine. Ja, ansonsten, wie gesagt, die gesamte Performance-Steigerung ist tatsächlich merklich nach oben gegangen. Die Funktionalitäten im Kontextmenü werden halt immer weiter ausgeweitet. Das heißt, ihr habt halt hier wirklich die Möglichkeit, in Kunumail mit dem Rechtsklick Datei so geöffnet werden. Was habe ich? Oh, ich bin jetzt auf die Tastatur gekommen. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Ihr könnt jetzt halt tatsächlich auch mit dem Kontextmenü viel mehr arbeiten, was ja auch viele gewünscht haben. Auch das wird doch stetig erweitert. Ich zeige euch noch eine Sache zum Löschen von E-Mails. Ausgewählte E-Mails löschen. Ich lösche die jetzt einfach mal und gehe jetzt mal bei GMX in meine gelöschten Reihen, in meine gelöschten Elemente. Was hier drin immer passiert im Papierkorb. Das ist auch unabhängig, wie ihr die Dialoge einstellt. Ihr könnt die alle markieren und könnt sagen, löschen. Es wird hier immer der Dialog kommen, egal was es ist. Weil wenn E-Mails unwiderruflich gelöscht werden, muss einfach nochmal ein Hinweis kommen. Das könnt ihr tatsächlich nicht abstellen. Ich mache das jetzt mal, ich lösche das und auch da seht ihr das Löschen. Haben wir gleich mal gesehen. Wurde halt auch optimiert. Das hatte im Vorfeld ja auch immer etwas länger gedauert. Ansonsten sind wir halt weiter dran, Kodomir weiter zu optimieren. Die Aufgabenliste ist lang. Ja, sehr lang. Wir uns erreichen ja jeden Tag wirklich Wünsche, was alles noch kommen sollte. Und ja, wir sind jetzt dran. Die ganzen Updates, wir sind da dran, alle ein bis zwei Wochen wirklich auch neue Updates rauszubringen. Und freuen uns auch immer, wenn ihr euch fleißig sozusagen die neuesten Versionen holt, weil dort auch wirklich immer dann viel passiert. Wen es dann interessiert, wir haben auf jeden Fall auf unserer Webseite kunumail.de immer die Timeline. In der Timeline, wenn nicht, kann ich euch das auch mal ganz kurz zeigen. Für alle, die dies noch nicht kennen, ist auch immer ganz wichtig. Kunumail. So, könnt ihr in der Timeline, in Kunumail auch immer verfolgen, was gerade als nächstes kommen wird. Ja, gerade hier unter zukünftige Entwicklungen könnt ihr weiterlesen und seht halt, was euch in der Zukunft erwartet. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Testen der neuen Version, der Performance. Und wir würden uns natürlich freuen, auch mal eine Rückmeldung zu bekommen, wie es denn bei euch aussieht. Ansonsten alles Gute. Keep on mailing. Euer Kunumail-Team. Tschüss.